Unser Campusradio Herz 87.9 feiert gerade 15-jähriges Bestehen. Das wurde dieses Jahr gebührend gewürdigt. Herz 87.9 hat drei Preise gewonnen und ist damit das erfolgreichste Campusradio in ganz NRW. Zu Gast im Studio ist bei mir Philipp Strunk, einer der Chefredakteure von Herz 87.9. Philipp, was für Preise habt ihr denn genau gewonnen? Wir haben in drei Kategorien gewonnen. Einmal in der Kategorie kreative Programmleistung mit unserer Satire-Show Herz an Herz. Dann haben wir als ganze Redaktion für die beste Musiksendung für die Berichterstattung vom Campus-Festival gewonnen. Und in der Kategorie Hochschule Andreas Herrenwelle mit einem Beitrag über das Dach als Luxusgut, wo es darum geht, hier sollte ein Dach gebaut werden in der Uni Bielefeld aus Qualitätsverbesserungsmitteln. Und das hat er ein bisschen kritisch unter die Lupe genommen. Also vielfältige Beiträge wurden gewürdigt. Was denkst du ist denn das Erfolgsgeheimnis von Herz 87.9? Ich glaube einfach, dass wir erstmal halt ein großer Haufen sind, der sich gut versteht. Ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, wenn man auch gutes Radio machen will, dass man eben, dass die Chemie stimmt zwischen den Leuten. Und so macht es natürlich auch mehr Spaß, auch mal mehr Zeit zu investieren. Und das machen wir ja auch. Also gerade das Campus-Festival, was ja ausgezeichnet wurde, die Berichterstattung, das war eben ein Beitrag, wo wirklich sehr, sehr viel Arbeit drinsteckte. In der Woche vor dem Campus-Festival waren wir, glaube ich, bis tief in der Nacht alle immer in der Redaktion. Und damit man das freiwillig macht und auch mit Spaß an der Sache macht, muss man sich als Redaktion gut verstehen. Das funktioniert bei uns. Und wenn man dann on the top dann auch gute Berichte, gute Beiträge daraus machen kann, ist das natürlich perfekt. Wer arbeitet denn da bis nachts in der Redaktion? Wer steht hinter Herz 87.9? Wie kann man sich so eine Redaktion vorstellen? Das sind alle Studierende von FH und Uni Bielefeld, die das ehrenamtlich machen. Eigentlich ganz bunt gemischt, auch aus allen Fakultäten. Das kann jetzt irgendwie, auch Soziologie sind viele dabei, Germanisten sind dabei, aber auch, ich glaube, Chemiker sind sogar dabei. Also es kann wirklich ganz bunt sein, auch von irgendwie ersti bis schon, weiß ich nicht, zwanzigstes Semester oder so. Also wirklich ein ganz bunter Haufen, der da zusammenarbeitet. Alles ehrenamtlich, alles freiwillig, aber mit ganz viel Spaß auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt mal selbst hinter dem Mikro ausprobieren möchte, wie kann man bei Herz 87.9 mitmachen? Wir haben bei uns mehrere Einstiegsprogramme, drei klassische, sage ich mal. Einmal das Praktikum, Herz 87.9 ist auch anerkannte Praktikumstelle, hier an allen Fakultäten. Also wenn man ein Praktikum braucht für das Studium, kann man das gerne bei uns auch machen. Dann haben wir den Radio-Crash-Kurs, da erlernt man innerhalb von sechs Wochen so das Handwerkszeug fürs Radiomachen in so kleinen Gruppen. Am Ende hat man dann eine Vorjahrzaufe, erste Live-Sendung. Und wir haben das Herz-Seminar, das kann man als Studierender sich ins EKVV reinsetzen und das dann als ganz normales Uniseminar belegen. Auch da innerhalb eines Semesters lernt man dann das Handwerkszeug fürs Radiomachen. Also kann man mit Herz 87.9 auch noch ein paar Credit Points fürs Studium gewinnen. Vielen Dank, Philipp, dass du uns ein bisschen was vom Campus Radio erzählt hast. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch für die ganzen gewonnenen Preise. Die große Jubiläumsgeburtstagsparty von Herz 87.9, die ist am 22. Januar im Forum Bielefeld. Da seid ihr natürlich alle herzlich zu eingeladen. Ä deter wunschelig. Darüber Lauerung ist ein bisschen zu sein. Nein, das yan hat immer an.